673 Euro hat sich schon dafür ausgegeben, wofür genau? Genau, ich bin jetzt unabhängige Beraterin für Duftlampen und um halt den Kunden ein bisschen was zu zeigen, habe ich schon ein paar Lampen organisiert und ein bisschen Wachs, dass ich einfach Vorführprodukte habe und das dann meinen Kunden zeigen kann bei Partys. Also dann habe ich das richtig interpretiert, da brauchst du jetzt also Produkte, mit denen du deine Kundinnen und Kunden um den Finger wickeln kannst, ja? Genau, richtig. Sehr gut. Und wo verkaufst du das dann? Entweder auf Partys, ich habe jetzt vor, auf Weihnachtsmärkte zu gehen, oder über Online-Partys. Also wir halten Ausschau nach Sina in Unterfranken auf den Weihnachtsmärkten, da werden wir sie finden mit ihren Duftlampen. Ja. Wir drücken dir ganz, ganz, ganz fest die Daumen, dass das klappt mit deinem neuen beruflichen Standbein, dass du dir das da ordentlich aufbauen kannst. Wir unterstützen das auf jeden Fall sehr, sehr gerne Antenne Bayernzeit. Super, vielen Dank, das freut mich wirklich. Sehr, sehr gern. Die nächste Rechner könnte schon eure sein. Kurz reinreichen über Antenne.de und morgen kurz nach sieben hier wieder auf Antenne Bayern. 5-5. 10-17. 2-15. 5-16. 5-17. Die zweite, die zweite, die zweite, die jurisprie und die zweite, die zweite, die zweite. 5-19. 6-18. Das cohort ist 6-19. Bis zum nächsten Mal.